Hey Freunde, was geht ab? Ich bin Smiley, willkommen bei einem neuen Video. Freunde, ich hab gerade eben auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen für ein Q&A auf YouTube habt. Ihr habt einige Fragen gestellt. Falls ihr nicht da runter wartet und das nicht mitgekriegt habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal mein Instagram checken. Das ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ich heiße Moritz Meter und dann könnt ihr beim nächsten Mal auch eine Frage stellen. Also Freunde, ab geht's. Ich hab 10 Fragen rausgesucht und ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern fangen wir einfach direkt an. Frage Nummer 1. Geht es dir besser, dass du jetzt rausgelassen hast, was dir auf dem Herzen lag? Ich denke mal, da geht es um das Realtalk-Video, was ich letzte Woche bzw. jetzt diese Woche hochgeladen habe. Ja, das hat auf jeden Fall mega gut getan. Ich fand es voll gut, mit euch darüber zu reden und ich fand es auch mega, was ihr da in die Kommentare geschrieben habt. Ich hab mich voll darüber gefreut, wie das bei euch ankam. Ihr wart richtig lieb da. Voll viele Leute haben echt voll liebe Wörter, Wörter, Sätze, Buchstaben geschrieben. Und ich hab mich da echt drüber gefreut und mir hat es auch gut getan, das einfach mal so zu erzählen und mit euch darüber zu reden. Weil mir das echt schwer gefallen ist, aber ich war froh, als es raus war. Okay, direkt weiter mit Frage Nummer 2. Frage Nummer 2 ist, als du das erste Mal bei Rob Pizza geliefert hast, wie hast du da reagiert? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich wusste irgendwie, dass Rob was mit YouTube zu tun hat und YouTuber ist. Ich kannte sein Gesicht aber nicht so richtig. Ich hab direkt relativ lange, so 5 Minuten oder so mit ihm gequatscht. Er war echt nett und ja, es war nicht nur so, hier ist deine Pizza, dankeschön, ciao. Sondern wir haben wirklich kurz gequatscht und uns unterhalten und cooler Dude direkt. Dann kam das Ganze auch öfter, dass die Jungs Pizza bestellt haben. Von daher immer relativ nett mit ihm gequatscht. Reaktion irgendwie war von meiner Seite nicht so krass da. Ich werde Rob auch nochmal zu dem Thema fragen und dann gebe ich euch da nochmal Feedback, was er dachte. Frage Nummer 3, Freunde, ist, warum hast du mit YouTube begonnen? Ich würde mal sagen, das Ganze hat so ein bisschen auf jeden Fall angefangen. Ich will schon echt lange Social Media machen und YouTube machen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt. Und das war dann halt so der Startpunkt dafür. Die Jungs haben mich dazu auch so ein bisschen motiviert und haben gesagt, mach doch, einfach machen. Denk nicht lange drüber nach, mach einfach. Und das hat mich so ein bisschen dazu gebracht. Also so auch die Verbindung zu den Jungs und das hat mein Selbstbewusstsein in der Hinsicht, dass ich das machen will. Auf jeden Fall noch gestärkt und deswegen war das, glaube ich, so der Auslöser, dass ich es dann durchgezogen habe. Ich bereue nichts. Ich habe mega Spaß daran, von daher. Okay, Freunde, Frage Nummer 4. Wie heißt du richtig? Moritz Meter. Also das ist gar kein Fake irgendwie, dass ich, dass das so Künstlername, also Smiley ist ja, klar, ich heiße nicht wirklich Smiley, sondern mein voller Name ist Moritz Meter. Das stimmt auch so, wie es da auf Instagram steht. Das ist gar kein, gar kein Fake. Okay, Freunde, Frage Nummer 5. Arbeitest du immer noch bei Smilies? Also für die von euch, die es nicht wissen, ich habe mal bei einer Pizzeria namens Smilies gearbeitet, habe Rob dann Pizza geliefert, deswegen auch der Name Smiley. Ne, ich arbeite mittlerweile nicht mehr bei Smilies. Ich habe vor zwei oder drei Monaten bei Smilies aufgehört. Ich habe schon zweimal dort gearbeitet, ganz am Anfang, als die, wo ich die Jungs kennengelernt habe und dann nochmal kurz nach, vor und nach Thailand. Habe dann aber auch schnell wieder da aufgehört und jetzt habe ich einen anderen Job, aber das will ich jetzt gar nicht so doll hier ansprechen. Wenn ihr Bock habt, dass ich irgendwie mehr darüber erzähle oder das mal zeige, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare, dann werde ich zu dem Thema mal ein Video drehen oder werde euch mal mitnehmen, wenn ich arbeitend bin. Habe auch schon mit meinem Chef gefragt, der hat gesagt, alles cool, macht das gerne, zeig alles, was wir hier so machen. Also Freunde, wenn ihr Bock darauf habt, lasst mir ein Like da und schreibt das mal unten in die Kommentare. Okay, weiter geht's mit Frage Nummer 6. Jetzt hat sich hier mal ein Bildschirm gedreht, danke für nichts. Willst du später mal Kinder und heiraten und so weiter? Also ich will auf jeden Fall eine Familie haben und heiraten und im besten Fall zwei Kinder haben, ein Mädchen und ein Jungen, ist glaube ich so die Traumvorstellung. Aber wenn ich ehrlich bin, will ich mir damit noch Zeit lassen. Ich will erstmal mein Ding machen, mein Leben genießen, vor allem auch richtig im Leben stehen und sicher sein, dass ich irgendwie eine Familie auch, dass ich ready bin, eine Familie zu haben und mich dann auch darauf konzentrieren kann und so. Also deswegen will ich mir damit auf jeden Fall noch Zeit lassen und nichts überstürzen. Aber irgendwann auf jeden Fall safe. So Freunde, Frage Nummer 7. Wie groß bist du? Ich habe das glaube ich schon mehrmals gesagt. Ich bin 1,96 Meter, also knappe 2 Meter groß. Ich höre auch ganz oft, wenn ich welche von euch auf der Straße treffe oder irgendwo, dann sagt die immer, boah, du bist ja voll riesig. Oder ich lese auch ganz oft in den Kommentaren, der und der sieht voll klein aus neben dir. Ja, ich bin relativ groß, knappe 2 Meter. Aber ich denke nicht, dass da jetzt noch viel passiert, also mehr als 2 Meter werden es dann auch nicht. Von daher, ja. Wenn ich ehrlich bin, will ich aber auch überhaupt nicht mehr wachsen. Ich finde, so ist wirklich das Limit. So größer will ich nicht sein, das wäre zu viel. Uh. Frage Nummer 8, Freunde. Interessantes Ding. Was ist deine Lieblingsserie? Also, ich bin echt voller Serienmensch, habe auch relativ viel geguckt. Aber meine absolute Lieblingsserie, ich glaube, ich würde fast sogar sagen, how I met your mother. Weil, ich weiß, es ist irgendwie viele Leute, ich höre ganz oft auch, ah ja, ich habe das nur so, wenn es mal im Fernsehen lief, geguckt. Aber ich habe diese Serie mittlerweile, glaube ich, 8 Mal geschaut. Und die wird nicht langweilig, weil du immer irgendwas Neues entdeckst dabei. Ich finde, also wirklich, meiner Meinung nach, die beste Serie. Ich habe guckt sie quasi jeden Abend. Okay, Freunde. Frage Nummer 9. Die vorletzte Frage ist, wie lange machst du schon YouTube? Das habe ich, glaube ich, auch in meinem 50-Fakten-Video mal gesagt. Aber da die Frage jetzt auch schon mehrmals gestellt wurde, hier in der Fragerunde. Ich mache YouTube seit Dezember 2018. Ja. Aber ich würde echt sagen, ich habe bis heute noch nicht so ganz das gefunden, wie ja jetzt im letzten Video gesagt, das, was ich wirklich fühle und machen will. Und jetzt gerade fühlen sich die Videos, die ich jetzt mache, fühlen sich auf jeden Fall richtig an. Und ich habe Spaß dabei, die zu drehen und zu schneiden und so. Deswegen gerade ist auf jeden Fall Hoffnung da, dass ich mittlerweile das Richtige gefunden habe für mich auf YouTube. Aber ganz schwieriges Thema, finde ich. Okay, Freunde. Eine gute letzte Frage suche ich mir jetzt noch aus. Hast du schon mal geklaut? Also ich habe jetzt noch nicht, bin noch nicht irgendwie in Saturn rein, habe eine Playstation geklaut oder so. Aber so eine Packung Kaugummi oder so mal bei einem Supermarkt mal in die Tasche gesteckt. Als so mit 13, 14. Das war, glaube ich, ich glaube, da gibt es viele Leute, die das schon gemacht haben. Aber richtig geklaut habe ich noch nicht. Würde ich auch nicht machen. Finde ich ganz, ganz falsch. Also das ist, klauen finde ich ein ganz schlimmes Thema. Ja, Freunde. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu irgendwie dem Thema, auch zum Thema YouTube oder Job oder irgendwas, schreibt mir die gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich bin immer offen für Fragen. Ich beantworte euch die auch gerne in den Kommentaren. Deswegen, ja, einfach alles, was ihr an Fragen habt, unten reinballern. Ansonsten, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, zeigt mir das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke, lasst mir ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Ich drehe heute Abend noch was richtig Geiles. Ich habe lange überlegt, ob ich das drehen soll. Ich habe aber die ganze Zeit schon Bock darauf. Deswegen werde ich das heute Abend endlich drehen. Und dann checkt das morgen aus, Freunde. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Bleibt gesund, bleibt glücklich, Freunde. Wir sehen uns, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.